Musik 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 Das Besondere an der Wigfeldschule ist meines Erachtens, dass wir hier die Schülerinnen und Schüler noch als Menschen betrachten. Und als Menschen mit ihren Talenten, die wir fördern und fordern und wir am Ende aber auch stolz darauf sein können, was unsere Schülerinnen und Schüler geleistet haben. Ich bin sehr gerne stellvertretender Schulleiter der Wigfeldschule. Ich habe mir diese Aufgabe ausgesucht, genau in dieser Schule, weil ich hier mit einem wundervollen Menschen zusammenarbeiten kann, gute Schülerinnen und Schüler habe, liebe Kollegen, mit denen wir gut im Team arbeiten können. Einzigartig macht unsere Schule eine Kombination aus vielen Dingen. Da ist der gegenseitige Respekt, der hier gelebt wird, viele Werte, die für die Schülerinnen und Schüler zählen. Ein ganz besonderes Erlebnis fand ich zuletzt, das hat mich sehr beeindruckt, eine selbstformulierte Durchsage einer Schülerin nach dem Erdbeben in der Türkei mit der Bitte um Hilfe für die Betroffenen. Ich will mich sehr gerne rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.